Und ich drücke den Knopf und es geht weiter. Genau. So. Wir sind weiterhin in der Stadt, wo sehr viele Leute sind. Und... Nein, ich suche nichts. Naja. Sie sind irgendwie alle sehr nett zu mir. Und mit dem will ich mal reden. Hallo? Bleib mal bitte stehen. Hallo? 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 Okay. Ich wollte nur etwas fragen. Nicht mit Zivilisten sprechen. Hä? Ich gehe dann mal weiter. Bist du doof? Alter. Was war das denn jetzt? Okay. Es wird dunkel. Wie man sieht, es wird... Dunkler? Okay. Logisch. Es wird dunkel. Wie man sieht, es wird dunkler. Ne. Ah, hier ist... Ein Lager zum Camp Fan. Und hier ist ein... Komischer Typ. Was ist in Catherlon los? Für mein Geschmack könnte es hier ein wenig... Ja, ein Nachtleben geben. Haha. Gab es in letzter Zeit besondere Ereignisse? Spielst du auf etwas bestimmt? Nö. Was hört man aus dem Süden? Die Gegend dort drüben ist völlig anders als der Norden. Aber ich vermute mal... Ich ziehe weiter. Okay, die haben nichts zu sagen. Da hinten sitzt einer in der Ecke. Hast du keine Freunde? Okay, wir reden jetzt mal mit dir. Bist du der Neue von der Spezialabteilung der Königlichen Garde? Nein. Aber was du hier hast, sieht interessant aus. Ich bin der einzig autorisierte Hersteller dieser Kamouflage-Rüstungen. Sie werden von Elite-Soldaten geteilt. Boah, ist der B-Hart auf der Brust. Ist das eklig. Warte, wie... Eine Rüstung könnte ich auch gut gebrauchen. Eine Orks? Geil. Mach dich nicht lächerlich. Diese Rüstungen werden nur an bestimmte Soldaten... Wenn... Der hat eine Ork-Rüstung. Und wir müssen noch eine Quest erledigen, von dem ein Magier da hinten. Ah, gut. Warte, warte. Jetzt muss ich eben konzentrieren. Wen müsste ich den ansprechen, wenn ich eine solche offizielle Bestellung will? Wie funktioniert die Rüstung? Eine offizielle Bestellung ist ganz sicher alles, was ich brauche. Frag nach Otis. Er ist bei der Stadt Wache und bekommt das Formula direkt vom König. Wenn du ihn überzeugst, wird es dir vielleicht vergönnt sein, wenn du eine spezielle Rüstung zu fragen. Otis. Ähm. Wie funktioniert die Rüstung? Er ist ein Einzelstück und genau an den Körper des Trägers angepasst. Wegen der Gesichtsmaske siehst du tatsächlich aus wie ein Ork. Und kann sie sich frei unter ihnen bewegen. Das ist ja eine Wunderwaffe. Leider ja. Wenn ein bestimmter Materialmechanismus die heute auch so effektionsfähig ist, muss man finden, wenn die Rüstung auszieht, kannst du sie nicht mehr verwenden. Und wenn du... Wir müssen Otis finden. Ork-Kamuk-Flagge. Quest aktualisiert. Sprich mit dem sehr geahmten Otis. Otis. Okay. Ah, hier ist er ja. Okay, es war jetzt um... Ja. Hallo, Otis. Warte mal bitte. Nee, warte. Hä? Aber da steht noch gerade Otis. Moment. Ah. Nein, es ist Kre... Hä? Der fällt gerade... Das ist Otis. Gut, dich hier zu sehen. Hä? Das sind doch gerade Otis. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Touren. Das ist Otis. Hi. Was führt dich zu mir? Kreo schickt mich. Er hat mir von den Camouflage-Rüstungen erzählt, mit denen man wie ein Ork aus... Mit dieser unverschämte Frage müsste ich dich eigentlich aus der Stadt jagen. Nur die besten Männer halten eine solche Rüst... Keine Frage. Gibst du mir nun so eine... Langsam. Ich gebe dir den Zettel doch nicht nur, weil du einen guten Eindruck machst. Was willst du dann von... Wir sind im Krieg. Die Preise steigen, oder? Wir sollten nicht sagen, wovor riskiere ich meine Lauf und gebe ihnen so... Boah, du Scheiße. Das ist mir zu viel. Sicher bekomme ich die Rüstung auch anders. Quatsch. Ich bin der... Scheiße. Oh, oh, meine Maus, meine Maus? Wo ist meine Maus? Ja, man sieht sich. Ähm, Leute, mein... Okay, meine Maus war gerade weg. Wir reden jetzt nochmal mit dem. Ich glaube, wir müssen ihm doch 2000 Goldstücke geben. Die Rüstung will dir einfach nicht aus dem Kopf gehen, was? Da ist sie wieder. Hoho, ich hab sie gefunden in meinem Maus. Okay. Das ist viel Gold, aber ich lasse mich auf den Handel ein. Hier ist der Wisch. Aber du kannst dich freuen. Ja, man sieht sich. Alles klar. Wir haben mit 2000 Goldstücke ausgegeben. Questgebuch aktualisiert. Orkische Camouflage. Questgelück. Orkische Camouflage. 250 Erfahrungspunkte erhalten. Und Gegenstand erhalten. Auftragsformular für Rüstung. Und wir haben so einen Stern oben. Und das heißt, wir haben neue Punkte. Tada! Und wir werden das hier. Und wir haben hier. Und das heißt, dass wir eben unsere Willenskraft auf 15 machen. Und das hier auf 20. Super. Und wie ich sehe, ist meine Zeit auch schon wieder so lang, was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Wir beenden den Part und gleich geht's weiter.